Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und Moment mal Kata, heute wird es wirklich richtig, richtig viele Creeper regnen. Wir müssen wirklich richtig, richtig doll aufpassen, weil richtig viele Creeper vom Himmel runter blumpsen und naja, die uns wegschnetzeln wollen. Oh oh, aber Epic, wir haben noch gar keine Schwerte oder so. Oh oh. Und schau dir das hier mal an Kata, es regnet einfach Creeper und hier sind überall Creeper und Moment mal, Autschi, die schnetzen mich alle weg. Renn Kata, renn und ich renn auch, ich renn auch. Rund oben die Leiste füllt sich und wenn sie wieder ganz voll ist, dann regnet es noch mehr Creeper. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen wirklich richtig, richtig schnell uns Schwertchen machen, damit wir die Creeper wegschnetzeln können und naja, am besten bauen wir uns eine richtig, richtig doll sichere Base. Oh, stimmt. Moment mal, ich mache mir jetzt erstmal Wasser, aber vielleicht verstecke ich mich auch lieber hier unterm Baum. Oh oh, und schau mal Kata, ich habe ein Crafting Table und du hast auch einen. Oh Epic, ich mache mir jetzt ein Schwertchen. Okay, ich mache mir auch ein Schwertchen. Es regnet gleich wieder Creeper. Oh oh, Kata, pass bloß auf. Vielleicht regnet es wieder Creeper, das ist ganz und gar nicht gut. Oh oh, und Moment mal. Ich brauche Essen. Oh, es kommt gleich wieder Creeper, pass bloß auf. Da kommen überall Creeper. Renn Kata, renn, bye bye. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sind überall Creeper, was ist denn hier los? Renn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen wirklich richtig, richtig viel Essen und hier sind überall Creeper. Kata, pass bloß auf. So, zack, zack, zack. Ich hole mir ein bisschen Weizen, so und so und so. Oh oh, und Moment mal. Wir müssen uns jetzt am besten eine Spitzhacke bauen und damit naja in die Höhle reingehen. Oh, das ist eine gute Idee, aber Moment mal. Haben die auch in die Höhle rein? Ich bin mir nicht ganz sicher, Kata. Und gleich regnet es wieder Creeper und da hinten stehen richtig viele Creeper. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich richtig, richtig doll schwierig. Okay, okay. So, zack, zack, zack. Dann sammle ich hier das ganze Holz ein. So und so und so. Pass auf, Kata. Gleich kommt wieder Creeper. Oh oh. Und zack und wir müssen richtig doll aufpassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kata, warte auf mich bitte. Ich muss Essen holen. Und zack, 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 zack. Moment mal. Oh oh. Moment mal. Oh Gott, was ist denn hier los? Pass auf. Oh oh. Moment mal, Kata. Wir müssen uns schnell in die Höhle reinbuddeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. So zack, 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 zack. Es regnet gleich noch mehr Creeper, Kata. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir müssen wirklich richtig, richtig doll aufpassen. Moment mal. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir warten jetzt. Oh oh. Es regnet wieder Creeper. Das sind die ganzen Creeper. Ich kann nicht mehr rennen. Oh oh. Nein, 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 nein. Ich bin gleich down. Oh, ich kann nicht mehr mehr rennen, Kata. Was ist denn hier los? Wir müssen uns jetzt wirklich richtig schnell unter die Erde buddeln. Und Moment mal. Hast du was zu essen für mich? Ich hole dir jetzt was. Oh, danke schön. Und Moment mal. Wir können hier in die Höhle rein, Kata. Schau mal hier hinten. Ich mache dir hier eine Markierung. Hier runter in die Höhle. Moment mal. Ist da Wasser? Da ist tatsächlich Wasser. Und plopps, ab in die Höhle. Und Moment mal. Oh, hier ist richtig viel Eis. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Creeper auch hier hinkommen. Okay, okay. Ich bleibe erstmal hier. So zack, zack, zack. Hier mache ich alles zu. Du hast doch schnell was zu essen. Ah, sehr gut. Oh, hallo Kata. Guck mal. Der Wut warst weggestätzt. Komm schnell rein. Komm schnell rein. Und zack, und zack. Oh, sehr gut. Hier sind wir sicher. Hast du einen Ofen? Nein, ich habe gar nichts. Hast du ein bisschen Holz für mich? Ja, guck mal hier. Du kriegst die Hälfte. Ah, danke schön. Okay, okay. Moment mal. Ich mache kurz eine Spitzhacke. Und dann mache ich mir gleich eine Steinspitzhacke für uns beide. Okay? So, Moment mal. So, zack, zack, zack. Da baue ich hier den Stein ab. Oh, das ist wirklich richtig, richtig doll lustig. Und oben sind wirklich richtig doll viele Creeper. Wir müssen wirklich richtig, richtig gut aufpassen. Und zack, zack, zack. Oh, hier ist so viel Eisen. Und so. Okay, Moment mal, Katja. Da mache ich noch ein paar Stickies. So, und zack. Und dann mache ich zwei Steinspitzhacken. Guck mal. Bitte schön. Danke. Hast du noch Stein für den Ofen? Das ist das Wichtigste. Oh, gute Idee, Katja. Okay, warte mal. Ich fahre noch ein bisschen Stein. So, zack, zack, zack. Oh, sehr, sehr, sehr nice. Und ich habe jetzt schon neun und zehn Steine. Sehr cool. Okay, warte mal. Da mache ich das hier zu. So, und so, und so. Oh, oh. Es sind noch mehr Creeper da. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Und ich hole hier das Eisen mit. Hört sich gar nicht gut an da oben. Oh, das stimmt. Ich glaube, da oben sind richtig viele Creeper, die auf uns warten. Oh, ja. Und so, und so, und so. Und Moment mal, Katja. Ich würde sagen, wir bauen hier das ganze Eisen ab. Hier unten ist auch noch ein bisschen Eisen. So, und so, und so. Und da können wir uns wirklich richtig, richtig gut mit dem Eisen ausrüsten. Moment mal. Wo geht es denn hier entlang? Ist ja auch noch ein bisschen Eisen. Da hinten ist doch Eisen. Und da oben ist auch Eisen. Vielleicht finden wir sogar Diamanten. Das wäre cool. Oh, stimmt. Und zack, zack, zack. So, und so, und so. Das wird alles aufgesammelt. Das wird auch alles aufgesammelt. Und da hole ich hier natürlich noch ein bisschen Kohle mit. Und die hole ich auch noch mit. Und es regnet gleich noch mehr Creeper. Moment mal, Katja. Wenn wir gleich nach oben gehen, dann sind da so viele Creeper, die wir alle wegschnitzeln müssen. Ich habe Angst. Oh, und Achtung. Jetzt legt er noch mehr. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Was ist denn hier los? Und zack, und zack. Weißt du was? Was denn? Ich habe jetzt schon 27 Eisen. Ich habe ein bisschen Gold gefunden. Oh, das ist sehr nice. Und hier ist ja noch mehr Eisen. Oh, die Höhle ist richtig, richtig cool. Und zack, zack, zack. Ich sehe dich da hinten. Guck, guck. Hallo. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich gehe zum Ofen und brate das ganze Eisen. Oh, Moment mal. Zwei Eisen sind schon fertig. Das heißt, ich kann mir schon ein Eisenschwert machen. Oh, so nice. Und damit kann ich die Creeper wirklich richtig, richtig gut wegschnitzeln. Dann esse ich hier noch ein bisschen Fleisch. So, und so, und so. Und Moment mal, Katja. Vier Fleisch sind auch schon gebraten. Sehr cool. Nice. Und Moment mal, Katja. Ich hole mir das ganze Eisen raus. Und wir haben 42 Eisen. Und warte mal, ich gebe dir ein bisschen was zum Essen. Bitte schön. Danke. Oh, hier brät ja noch mehr Essen. Okay, Moment mal, Katja. Dann würde ich sagen, ich mache dir auch ein richtig, richtig gutes Eisenschwertchen. Und zack, und zack. Und so, guck mal, Katja. Ein Eisenschwertchen für dich. Und dann müssen wir wirklich die richtig, richtig miesen, fiesen Creeper wegschnetzeln. Und Moment mal, es rätet gleich noch mehr Creeper. Oh, oh. Das ist wirklich richtig, richtig doll böse. Und bitte schön. Und zack. Danke. Oh, wir sind wirklich richtig, richtig gut ausgerüstet. Dann mache ich noch ein paar Schülchen. Moment mal, so und so. Und zack. Und ein paar Schülchen für dich. Bitte schön. Und ein paar Schülchen für mich. Oh, oh. Es kommen gleich noch mehr Creeper. Oh, du hast recht. Und Moment mal. Dann mache ich eine Hose. So und so und so. Und noch eine zweite Hose. Oh, sehr cool. Bitte schön. Oh, jetzt sind wir wirklich richtig, richtig gut ausgerüstet. Okay, okay. Dann geht es hier weiter. So und so. Und ich habe richtig doll Angst vor den ganzen Creepern. Und Moment mal. Sind hier auch schon Creeper? Hallo und... Hallo? Ich glaube nicht. Moment mal. Es geht ab nach oben. So, zack, zack, zack. Und wir sind wirklich so, so, so gut ausgerüstet. Dann geht es hier weiter nach oben. Und so und so. Und dann hole ich noch die Blöcke und die Blöcke. Oh, 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 oh. Und zack, und zack. Ich bin gleich oben, Katja. So und so und so. Und Moment mal. Sind hier Creeper? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schau dir das mal an, Katja. Wir haben uns hier nach oben gebaut. Und da sind überall Creeper. Und gleich regnet es nochmal Creeper. Hoffentlich landen die nicht auf uns. Das wäre ganz und gar nicht gut. Moment mal. Vielleicht können wir hier so ein kleines Dächtlein über uns bauen. Und hast du noch ein paar Blöcke? Hm, ja, ein bisschen was. Oh, sehr gut. Moment mal. Hier sind wir wirklich richtig doll sicher. Und schau mal, da unten. Da sind richtig viele Creeper. Und gleich regnet es wieder, Creeper. Das ist ganz und gar nicht gut. Moment mal. Ich mache hier den Ofen schon mal hin. Guck mal. Oh, wie nice. Oh, ja. Hier sind wirklich so, so doll viele Creeper. Und ich habe eine richtig, richtig gute Idee. Was denn? Wir könnten einen Dschungel suchen. Und im Dschungel eine kleine Katze zähmen. Und die Creeper haben Angst vor Katzen. Oh, okay. Dann gehen wir einen Dschungel suchen. Oh, sehr gut. Und schau mal, gleich regnet es wieder, Creeper. Oh, oh. Ich bin richtig, richtig doll gespannt. Und, Moment mal. Ah, das ist ja so, so, so nice. Und es kommt noch mehr Creeper. Und, oh, oh. Und, hallo, ihr Creeper. Oh, so nice. Oh, Gott. Okay, Moment mal, Katja. Willst du uns da hinten übers Wasser bauen? Und dann springen wir runter. Und rennen wirklich richtig, richtig schnell weg. Und suchen uns einen Dschungel. Oh, das wird so cool. Und, blups. Ich springe da hinterher. Und, renn, Katja, renn. Oh, die ganzen Creeper kommen. Die ganzen Creeper kommen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Okay, Moment mal, Katja. Ich würde sagen, wir rennen hier einfach gerade aus, bis wir einen Dschungel finden. Okay? Ja. Moment mal, Katja. Oh, oh. Hier sind überall Creeper. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Moment mal. Ich muss auch was essen. Und schau mal, wir haben einen Dschungel gefunden. Und das sind richtig viele kleine Kätzchen. Die können wir zähmen. Und wenn wir eine kleine Katze haben, dann rennen die Creeper vor der Katze weg. Oh, Gott, guck mal. Du kannst ihnen ein bisschen Fisch geben, aber du musst dich ansnicken. Nicht, dass sie Angst haben. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Katzies, hallo. Hier ist eine, Katja. Guck mal, hier unten. Hier ist eine. Oh, hallo, Katzi. Oh, hallo. Und Moment mal. Fühlt sich vielleicht ein bisschen Fisch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie hat Angst vor uns, Katja. Oh, das klappt schon. Hallo, Katzi. Und Moment mal. Hier hinten ist auch noch ein Kätzchen. Oh, hier sind Creeper. Oh, Gott. Der Creeper war auf dem Baum. Und oh, oh. Hier sind überall Creeper. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Und Moment mal. Es regnet gleich noch mehr Creeper. Katja, hast du schon eine Katze gezähmt? Nein. Oh, und? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Es regnet noch mehr Creeper. Oh, nein. Wir müssen wirklich richtig doll aufpassen. Und Moment mal. Ich sehe dich da hinten. Hallo. Ab ins Wasser. Da kannst du dich explodieren. Ah, gute Idee. Und oh, oh. Hier sind richtig viele Creeper. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Und ich sehe dich da unten mit den Creepern. Oh, nein. Ich komme zu dir, Katja. Ich helfe dir. Und oh, sehr gut. Moment mal. Da hinten ist ein kleiner Ocelot. Den kann ich erzählen. Oh, stimmt. Oh, sie mag uns, glaube ich. Oh, wie süß. Wir haben eine kleine Katze. Oh, richtig nice. Und ich habe einen Creeper gehört. Und Moment mal. Du kannst noch mehr erzählen. Und zack, zack, zack. Oh, hier sind so viele Creeper. Und Moment mal, Katja. Willst du mir auch ein bisschen Fisch geben? Ja. Oh, 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 Gott. Der Creeper ist direkt vor dich gefallen. Und da sind noch mehr Creeper. Oh, renn, Katja, renn. Hier sind so viele Creeper. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Hallo, kleine Katze. Und nein, sie will keinen Fischli mehr. Moment mal. Sie hat meinen ganzen Fisch gegessen. Oh, Gott. Ich brauche noch mehr Fisch, Katja. Oh, oh. Bitte schön. Ah, danke dir. Oh, sehr gut. Okay, Moment mal. Wir müssen ihr wirklich richtig viel Fisch geben. Na ja, damit sie uns mag. Und hallo, wo ist sie hin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Moment mal. Ich habe ein paar Kätzchen, die mir folgen. Wir können uns jetzt ein kleines Häuslein bauen. Die ganzen Katzen da reinsetzen. Und dann sind wir geschützt vor den Creepern. Oh, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Okay, okay, Katja. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier wieder aus dem Dschungel raus. Und bauen uns ein richtig gutes Häuschen. Moment mal. Dann geht es hier entlang. So, zack, zack, zack. Oh, richtig, richtig nice. Und schau mal, Katja. Wir haben hier wirklich ein richtig toll sicheres Creeperhaus. Mit den ganzen Kätzchen aus. So, so, so. Oh, der Creeper hat ja alles weggeschmackt. Nein, Katzen nicht weglaufen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Moment mal. Die Creeper sind richtig mies und fies. Und zack, du wirst weggeschnetzelt. Und zack, 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 zack. Oh, sehr, sehr, sehr nice. Ich finde, unsere Häuschen sieht wirklich richtig, richtig doll sicher aus. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Die Creeper schnetzeln hier alles weg. Und Moment mal. Es regnet gleich nochmal neue Creeper. Oh, oh, es kommen neue Creeper. Und. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich sehe die Creeper. Die Blumen sind auf unser Haus. Oh, oh. Und zack, und zack. Du wirst weggeschnetzelt. Und zack. Oh, so, so, so nice. Moment mal, Katja. Hier sind jetzt wirklich so doll viele Creeper. Oh, oh. Ich habe ein Herz. Ach, man, und ich sehe dich da hinten. Hallo, Katja. Hallihallo. Und weg, ihr bösen Creeper. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Die Creeper sind wirklich so, so, so doll stark. Und hopps, und hopps. Oh, sehr nice. Und Moment mal. Die Creeper haben Angst vor den kleinen Kätzchen. Das ist ja richtig lustig. Nein, da hat sich einer von hinten angeschlichen. Was soll das denn? Oh, oh. Moment mal. Guck mal. Die rennen weg von der Kätzchen. Richtig gut. Ich bleibe hier bei der Katze. Da bin ich sicher. Hallo, kleine Katze. Die beschützen mich von den Creepern. Oh, das ist so gut. Guck mal. Hier sind überall Creeper drumherum. Und die trauen sich hier nicht zur Katze hin. Das ist ja so nice. Oh, und guck mal. Die Katze geht weiter. Und die Creeper rennen alle weg. Oh, oh. Und es regnet gleich noch mehr Creeper-Karte. Aber hier bei der Katze sind wir sicher. Oh, wir müssen bei der Katze bleiben. Oh, immer schön der Katze hinterher. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, das macht wirklich so doll viel Spaß hier. Die ganzen Kätzchen beschützen uns von den Creepern. Oh, das ist so, so, so cool. Richtig, richtig nice. Oh, stimmt. Das ist richtig lustig gewesen. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katze vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.